Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist bei mir der Oliver. Er ist 44 Jahre jung, kommt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und er lebt heute in Leipzig. Er hat eine Vergangenheit sowohl im Militär als auch in der zivilen Luftrettung. Und mit ihm werde ich mich unter anderem darüber unterhalten, wie das Thema Iteration in Taskforces anzusehen ist. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Oliver, grüß dich. Hallo Christian, danke für deine Einladung. Was ist denn eigentlich eine Taskforce? Das sind auf Deutsch Einsatzkräfte. Was bedeutet für dich Iteration und das Ganze in Kombination mit Taskforces? Iteration, wirklich diese wiederkehrenden Prozesse, die wir haben. Und die sind speziell jetzt in der Luftrettung. Nach jedem Rettungseinsatz, den wir haben, haben wir wieder den neuen Rettungseinsatz. Das heißt, es gibt eine Vorbereitung, es gibt die Mission und es gibt eine Nachbereitung. Briefing, Mission, Debriefing. Und innerhalb des Einsatzes gibt es wieder Mikro-Iterationen, wo wir zwischendurch, wenn wir merken, oh, spätestens wenn wir merken, jetzt wird es haarig. 10 for 10 zum Beispiel, Step Back, wir treten zurück vom Patienten auch, wirklich buchstäblich. Und in Real nehmen wir uns 10 Sekunden für die nächsten 10 Minuten und gehen dann wieder weiter ran. Finde ich total spannend. Lass uns direkt drinnen bleiben. Wir stellen uns jetzt vor, ihr seid in Bereitschaft. Ja. Es gibt den Notruf, hier muss das und das getan werden. Du sagst der Flying Task Force, das heißt, wahrscheinlich fliegt man da mit einem Hubschrauber irgendwo hin. Wie viel Zeit habt ihr vom Eingang des Notrufes bis zum Abheben des Hubschraubers? Zwei Minuten. Zwei Minuten. Das heißt, ihr seid auch unbedingt vor Ort, ihr seid auch nachts, ihr schlaft, aber ihr müsst in zwei Minuten in diesem Hubschrauber sitzen und der muss abheben. Jawohl, ganz genau. Nachts gibt es eine längere Vorlaufzeit, aber tagsüber zwei Minuten. Und wenn das Team gut abgestimmt ist, ist das kein Problem. Was passiert in genau diesen zwei Minuten? Genau, in den zwei Minuten packt nur noch jeder sein Hab und Gut, was er hat und schaut zu, dass alle den Alarm mitbekommen haben. Und in meinem Fall war das Loslaufen bis zum Hubschrauber und während ich, wenn der im Hangar steht jetzt zum Beispiel, steige ich in den Hubschrauber ein und währenddessen macht der Notfallsanitäter das Hangartor auf. Und sobald das Hangartor so weit auf ist, dass die Rotorblätter da durchpassen, dann fährt auch schon der Schlitten raus auf die Landeplattform. Und wenn der Rotorkreis frei ist, wird gestartet und das Triebwerk gestartet, während die Crew noch draußen ist. Notarzt kommt noch mit dazu, steigt währenddessen ein und dann sind wir schon kurz vorm Abheben. Was ist deine Rolle in dem Hubschrauber? Meine Rolle, ich bin Flugkapitän gewesen und hatte die Gesamtverantwortung für den Einsatzflugbetrieb und für den Flugdienst. Wie trainiert ihr das, dass ihr das in zwei Minuten schafft, vom Eingang des Alarms draußen auf dem Drehkreuz zu sein und abzuheben? Was macht ihr? Was sind so Gelingenbedingungen, um das hinzukriegen? Das ist ja wirklich kurz. Ja, das ist richtig. Das ist sogar ein persönliches Ding gewesen mit den zwei Minuten. Und zwar mache deine eigene Methode so, dass ich einfach angeschaut habe, jeden einzelnen Arbeitsschritt. Und da meine ich auch wirklich, wo hängt mein Helm, wenn ich einsteige? Wie ist mein Gurt gelegt? Ist schon von den vier Gurten zwei schon zusammengesteckt? Dann spare ich mir das Suchen des einen Gurtschlosses bis hin zu, welche Schalter habe ich schon irgendwo gelegt? Mitunter sogar teilweise abweichend der Checkliste. Und das einfach nur zu schauen, da habe ich noch nicht mal die Zeit gemessen. Das ist genau das Ding. Das heißt, ich habe mich einfach nur damit beschäftigt, einen optimalen Flow zu bekommen. Und wie von selbst, ich zitiere da gerne Gerald Hüther, der Erfolg ist die bittersüße Frucht am Baum des Gelingens. Das heißt, ich habe mich nur darum gekümmert, dass der Flow gut passt, habe danach mal die Zeit gemessen und wir waren bei 1,46. Und jetzt ist es ja so, wenn ihr gerufen werdet, das ist in der Regel nicht so ein 0815-Fall. Da hat jemand sich mit einer Schere vielleicht den Finger geschnitten, sondern wahrscheinlich ist ja Luftrettung immer etwas, da geht es um Geschwindigkeit, da geht es um schwere Fälle, Menschen, die nicht auf dem Landweg transportiert werden können. Habt ihr ein Zeitfenster, in dem ihr am Ort des Einsatzes sein sollt? Das regeln die Rettungsdienstgesetze vor Ort. Das heißt, innerhalb von zehn Minuten in der Regel soll jeder Mensch medizinische Hilfe vor Ort haben können. Und das auch nochmal zum Richtigstellen. Wir haben nicht nur diese wirklichen extremen Einsätze, sondern wir füllen auch, wenn die bodengebundenen Einsatzkräfte alle im Einsatz sind, dann kommen wir auch für den ganz normalen Notarzteinsatz raus. Dennoch gibt es dort natürlich die Schlüsselbegriffe bei Massenanfällen von Verletzten etc., dass wir da sofort mit drin sind. Was passiert denn in diesem Zeitfenster, wenn ihr abhebt und bist ihr am Ort des Geschehens seid? Ihr seid ja ein interdisziplinär besetztes Team. Du bist der Kapitän, du hast die Verantwortung über das Fluggerät. Dann habt ihr einen Notfallsanitäter und ihr habt einen Arzt an Bord. Was passiert da? Erstmal ist natürlich dieser High Peak und von der Startphase des Abhebens, des Kurseinnehmens, weil ich weiß ja bis dato noch gar nicht oftmals, welchen Kurs nehme ich ein. Manchmal habe ich in der Einsatzmeldung schon eine Idee von dem Ort, wenn ich länger an der Station geflogen bin und kann schon mal Kurs einnehmen. Aber dann wird erstmal die Mission geklärt. Das heißt, wir gucken, wo müssen wir hin und dann schauen wir uns auf der Karte an, wie das Zielgebiet aussieht. Wir werden meistens mit der Fremdleitstelle, das heißt die Rettungsleitstelle von dem benachbarten Kreis, wo wir eingesetzt werden, Funkkontakt aufnehmen, die neueste Lage abfragen, unsere geschätzte Ankunftszeit bekannt geben, damit die Einsatzkräfte vor Ort mit uns rechnen können. Und dann haben wir noch eine, wenn wir zum Beispiel so eine 10-Minuten-Flugzeit haben, dann kommt auch noch mal Zeit, in der wir durchatmen, schön in den Bauch und dann wird auch geflaxt. Und teilweise wird auch der Stress der Dienstperioden dort mit aufgearbeitet und mitunter auch schon mit dem Flachsen ein bisschen makaber mit den Einsätzen umgegangen. Das kommt je nachdem darauf an, wie das jeder Einzelne so verarbeitet. Unterscheidet sich diese Zeit, die du gerade beschrieben hattest, also vom Abheben bis zum Ankommen, gibt es da Unterschiede, qualitative Unterschiede, unabhängig davon, auf was für ein Einsatzszenario ihr treffen werdet? Ja, natürlich, absolut. Also ich möchte da vor allen Dingen Kindernotfall hervorheben. Das ist so eines meiner Steckenfälle momentan. Ich bin sehr froh, dass die Kindernotfallmedizin mehr in den Fokus gerade gerät. Mit einem Freund von mir, der pitcht dort gerade ein neues Ausbildungskonzept. Und weil der Kindernotfall erstens mal sowieso auch viele Menschen per se berührt, und das macht natürlich auch nicht vor uns Rettungsdienstmenschen dann halt, aber auch gleich seltener der Fall ist, das heißt seltener geübt wird, das heißt die Ärzte, die aus dem normalen klinischen Alltag kommen, die haben mit Erwachsenen zu tun in der Regel und haben halt keine Kinder, die sie beatmen müssen etc. Da gibt es halt noch andere Werte und dann gibt es Unsicherheiten. Das heißt, da ist von Einsatz zu Einsatz schon eine Unsicherheit und auch eine Diskrepanz, wo ich dann merke, dass Luftfahrt und Medizin da noch einen weiten Weg hat und so nah schon beides beieinander ist, gibt es da noch eine Lücke, die gefüllt werden darf. So, jetzt seid ihr vor Ort angekommen. Du musst dich vor Ort orientieren, wo du landen kannst manchmal sicherlich. Es ist nicht immer so, dass ihr da einen Landeplatz habt. Also dann seid ihr ja in dieser vollen Hochkonzentrationsphase. Was passiert dann? Das Interessanteste genau an diesem Beruf ist genau in der Phase. Bis dahin habe ich ja den absoluten Hut auf. Das heißt, ich bin der Flugkapitän und bin weisungsbefugt. Aber auch hier schon wohlwissentlich hole ich die ganze Crew mit ins Boot und jedes Paar Augen erweitert mein mentales Bild. Das heißt, wir wollen natürlich auch als Team ein gemeinsames mentales Bild haben. Und ich fordere aktiv auch den Arzt auf, der per Vorschrift nur Passagier ist, was sehr schade ist, zu sagen, okay, du guckst bitte hinten rechts, da vorne ist noch ein Anhänger. Schau mal, ich hoffe, der ist gebremst. Wenn der sich bewegt, gib mal Bescheid. Weise Hindernisse zur Beobachtung zu. Und Notfallsanitäter wird genauso mit reingenommen. Dann stehen wir am Boden, haben eine heiße Phase, weil der Rotor noch dreht. Und der wird von den Einsatzkräften übersehen, die drehende Rotorkreisfläche, sondern die nehmen nur die Zelle wahr. In der Zeit, solange der Rotor dreht, steht noch Notfallsanitäter draußen und überwacht den Bereich. Und Notärztin, Notarzt schon Richtung Einsatz. Sobald ich dann schnellstmöglich den Rotor zum Stehen gebracht habe oder die Polizei die Absicherung übernommen hat, ist die Medcrew wieder gemeinsam zum Patient unterwegs. Und dann haben die Kompetenzen gewechselt. Jetzt ist natürlich der oder die Medizinerin mit der höchsten Kompetenz vor Ort, beziehungsweise Notfallsanitäter, mit der Bergung der Patienten, mit der ureigentlichen Rettung da vor Ort. Und ich komme von hinten mit dazu, sobald ich die Dokumentationen gemacht habe und schaue von hinten, komme mit dem Big Picture. Und das machen wir uns, das heißt, diese fluide, das ist ein fluides Leadership, wenn wir das so nennen wollen, oder beziehungsweise phasenbedingt und geht immer fließend ineinander über. Und das macht es hochspannend und bedarf eben, damit das so schnell funktioniert, einer geklärten Beziehungsebene. Darauf kommen wir auf jeden Fall nachher noch hin, wie ihr diese Beziehungsebene klärt, wie ihr dieses situative Führen einstudiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr nicht immer in der identischen Besetzung unterwegs seid. Da gehen wir dann auf jeden Fall gleich noch rein. Nochmal nachgefragt, von dem Moment, wo du aufsitzt, bis zu dem Moment, wo die Rotorblätter stehen, wie viel Zeit vergeht da ungefähr? Minute bis anderthalb. Aber in der Zeit verlässt der Arzt schon das Fahrgerät und geht zu dem Notarzt oder zu dem Unfall, zu dem Ort des Geschehens? Genau, wir landen natürlich nächstmöglich und gehen dann gleich zum Einsatz. Du arbeitest noch ein paar Protokolleinträge ab, dokumentierst sozusagen und kommst dann dazu. Und was ist dann deine Rolle, wenn du dann danach dazukommst? Du sagst, du hast das Big Picture. Was ist dann deine Rolle und was passiert dann vor Ort im Einsatz? Was beobachtest du da? Ja, hier fängt es an, weil hier habe ich gar keine Rolle. Die habe ich mir genommen. Und die habe ich durch gute Mentoren vorgelebt bekommen, als ich eingeflogen wurde. Und in der Regel muss ich nichts tun, sondern ich habe in meiner Aufgabenschreibung als Flugkapitän dann dort stehen gehabt, ich bin es ja nicht mehr aktiv, habe ich dort stehen gehabt, dass ich nur für den Flugbetrieb da zuständig bin. Das kann von mir keiner erwarten, weil der Arbeitsbereich so komplex ist, von mir erwarten, dort reinzugehen. Aber das Teamverständnis, von dem ich ursprünglich herkomme, hat natürlich gleich dazu geführt, zu einem Interesse geführt. Das heißt, unser, wie man so schön sagt, overarching purpose ist die Patientensicherheit. Und mit allem, womit ich dem MedCrew jetzt den Rücken frei halten kann, diene ich ja auch der Patientensicherheit. Was ist so ein Beispiel, wo du der MedCrew den Rücken frei halten kannst? Als erstes mal schauen, wenn es ein häuslicher Einsatz ist, gucken, dass die Verwandtschaft an die Seite kommt. Die verwirkliche ich in ein Gespräch und dann gehe ich mit denen in den Nebenraum, habe dann schon vom Arzt mir die Schreibkladde geklaut und, naja, ich habe ihm Bescheid gesagt, und nehme die Personalien auf. Und damit ist schon unheimlich viel gewonnen. Wenn sich die medizinische Crew nicht mehr darum kümmern muss, hat sie natürlich freie Ressourcen. Dann hole ich mir das eigene Big Picture, gucke nochmal, was ist denn überhaupt passiert? Wir sind für eine Lage mit meinem medizinischem Nichtwissen. Und dann fallen mir vielleicht so Dinge auf, ach guck mal, da stehen schon ganz viele Alkoholflaschen in der Ecke oder bei einem Autounfall, Moment, wie viele Verletzte haben wir, da ist noch immer die Scheibe kaputt, ist vielleicht auch einer rausgeschleudert worden und nochmal an die Einsatzkräfte geben, haben wir auch wirklich alle Insassen oder den Zündschlüssel umdrehen, der noch immer auf aktiv steht, während die Patienten schon geborgen worden sind etc. Was berichten die Ärzte, die dann vor Ort sind? Die sind ja wahrscheinlich in einem unglaublichen Fokus drin, die konzentrieren sich ganz speziell auf ihre ärztlichen Tätigkeiten. Was berichten die im Nachgang immer so, wie sie diese Momente wahrnehmen? Die Momente, in der sie Entlastung erfahren haben, da sind sie natürlich massiv dankbar. Und auch darüber hinaus, also auch ihren eigenen Einsatz. Also was beschreiben die, wie nehmen die das wahr? Wenn du hast den Fokus, weil du das große Bild hast, du kannst sozusagen sehen, da ist eine Scheibe eingeschlagen oder da läuft noch der Motor. Das vermute ich, werden die wahrscheinlich in dem Moment nicht wahrnehmen. Also was beschreiben die über ihr eigenes Empfinden in dem Moment? Genau, das ist ja alles Thema des Debriefings nach der Mission. Und da gleichen wir dann das mentale Bild aus dem Einsatz nachher nochmal ab und vervollständigen das, um zu schauen, wo wir uns verbessern können, wo wir Verbesserungsmöglichkeiten haben. Und da, wenn wir als Crew schon so weit zusammengewachsen sind und eine gute Vertrauensbasis haben, dann geht das auch schon so tief bis hin, boah, da habe ich mich an Verwandtschaftsmitglied erinnert gefühlt vom Aussehen des Patienten. Oder da habe ich mich unwohl gefühlt, weil das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Den Zugang habe ich schon lange nicht gelegt oder wie auch immer. Und ja, also da gehen wir schon tief in die Gefühlsebene sogar rein. Nach jedem Einsatz macht ihr ein Debriefing oder gibt es eine Routine, die ihr euch sozusagen dafür nehmt? Ja, also Debriefings gibt es ja verschiedene Arten aus dem Studium und so weiter und auch psychosoziale Debriefings. Das ist ein Mission, also ein Einsatzdebriefing, wo wir meist chronologisch nochmal alles von vorne bis hinten durchgehen, wie jeder Einzelne es wahrgenommen hat und dann wirklich speziell auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten oder Bestätigung von neuen oder Bestätigung von bewährten Vorgehensweisen. Das findet erstmal, wenn wir zum Beispiel die Patientin abgegeben haben am Krankenhaus und wir sind raus zum Hubschrauber und melden uns wieder bei der Einsatzstelle klar, dann würde erstmal schon mal ein kleines, kurzes Debriefing, um zu schauen, sind alle auch wieder fit? Weil ich habe auch schon den Einsatz gehabt, wo es so mitnehmend war, dass wir als Crew erstmal eine halbe Stunde brauchten, um überhaupt wieder einsatzklar zu sein, mental. Und sobald das klar ist und wir uns dann wieder versorgt haben physisch, gehen wir dann auch wieder in den Rückflug und dann kommt nach dem Einsatz oder nach dem Ende des Einsatztages nochmal Einsatz für Einsatz ein Debriefing im Gesamtkontext. Ihr seid auf dem Hubschrauberlandeplatz am Krankenhaus, habt den Patienten übergeben und dann macht ihr ein Ad-Hoc-Debriefing sozusagen aus dem Einsatz nochmal, rollt das nochmal zurück, geht das nochmal durch und je nachdem, was es für ein Einsatz war, wie es euch geht, braucht es mal mehr, mal weniger, dann fliegt ihr zurück zu eurer Basis. Was passiert in dem Moment? Also auf dem Rückflug nochmal einen Schritt zurück. Also wir nutzen auch wirklich jede Gelegenheit, ich habe ja vorhin von dem 10 for 10 gesprochen, wir nutzen auch wirklich jede Gelegenheit zum Beispiel auf dem Transport, gibt es nichts viel am Patienten zu machen in der Regel. Jedenfalls ist das das oberste Ziel, dass die Patienten so versorgt sind, dass auf dem Transport kein Eingriff notwendig ist. Das heißt, wir haben auch schon auf dem Patiententransport Möglichkeit, Dinge zu verarbeiten, also das heißt den Einsatz zu verarbeiten. Das ist meist dann auch schon, boah, was da passiert ist oder hast du das gesehen oder war das familiäre Umfeld und so weiter. Da wird schon eine erste Entlastung stattfinden. Ja, und dann auf dem Heimflug, dann kommen wir natürlich auch wieder, dann wenn der Lauf ist, ein bisschen ins Blödeln auch rein, ein bisschen Eustress ist sehr wichtig. In die Lethargie zu fallen ist auch nichts und kommen auch dann teilweise mal in normale Unterhaltung rein und vor allen Dingen in den Genuss der Landschaft, in der wir uns da dreidimensional bewegen. Das mag vielleicht für den einen oder anderen seltsam klingen, dass ihr gerade einen schweren Einsatz gehabt habt und dann blödelt ihr rum, aber psychologisch erfüllt das ja auch eine Funktion, diese Normalität. Wie würdest du das den Leuten erklären, die jetzt vielleicht ein bisschen irritiert sind auf der Aussage? Ich nehme dem Ganzen den Schrecken. Also es ist so ein Stück weit, ich entkräfte es. Ich stelle mich ein bisschen über das Ereignis. Indem ich jemanden ins Lächerliche ziehe, also jemanden zum Beispiel, dann erhebe ich mich ja gleichzeitig darüber. Das ist ein Ding, was wir so unter Menschen nicht machen sollten, was aber da eine gute Strategie sein kann im Umgang von Ereignissen, um sie dann leichter annehmen zu können. Und es schafft ja auch Distanz, ne? Ja, genau, es schafft auch Distanz. Und ein Beispiel ist Sturz aus Höhe. Ja, Sturz aus Höhe kommt dann die Frage, war das jetzt ein A-Bumm oder ein Bumm-A? Ah, ja, und genau, kurzes Gelächter und dann geht es auch wieder weiter. Und jetzt kommt ihr zurück in euren Einsatzhafen oder eure Station, wo ihr stationiert seid und was passiert dann im Nachgang? Durchatmen. Dann erstmal natürlich Einsatz klar machen. Das ist das Allererste. Der Hubschrauber wird betankt, das medizinische Equipment wird aufgefüllt und dann verpflegen wir uns natürlich selbst. Und dann ist auch bei einem Einsatztag von 15 Stunden 30 wichtig, zu ruhen, also um für den nächsten Einsatz wieder fit zu sein. Also die ganz normalen, auch menschlichen Bedürfnisse, die da sozusagen mit hinten dran stehen. Maslow'sche Pyramide, genau. Aber wenn nicht der Alltag wäre, am Wochenende ist es ein bisschen leichter, wenn die Zentrale in der Woche besetzt ist, dann gibt es natürlich auch noch ein paar Aufgaben zwischendurch, die organisatorisch noch zu erledigen sind. Interessant, dass du sagst, ein ganz normaler Einsatztag 15 Stunden 30, das wäre bei einem normalen Angestellten ein doppelter Einsatztag. Also insofern so ganz normal ist es wahrscheinlich nicht, aber ihr habt wahrscheinlich zwischendrin viele Ruhezeiten, wo ihr nicht im Einsatz aktiv seid. Genau, da gibt es Flugdienste Ruhezeiten, die gesetzlich geregelt sind. Und das heißt eine Flugdienstzeit mit diesen Flugvor- und Nachbereitungen von 10 Stunden, die man mal unvorhergesehen leicht überschreiten kann, aber dann melden muss. Das heißt, es wird nicht 15 Stunden 30 durchgeflogen. Dann werden wir zum Beispiel, wenn der erste Einsatz 6.30 Uhr ist die Flugvorbereitung und der erste Einsatz kommt um 7 Uhr und es gibt nicht einmal eine Pause länger einer Stunde, dann ist um 16.30 Uhr abmelden. Man kann also sagen, dass diese Taskforce, diese fliegenden Taskforce, das sind absolute High-Performance-Teams. Das heißt, da muss alles sitzen, da darf es im Grunde genommen keine vermeidbaren Fehler geben. Die könnten im schlimmsten Fall tödlich ausgehen. Und die Frage für mich ist, ihr seid ja nicht immer mit denselben Crews unterwegs. Wie geht ihr damit um? Wie lernt ihr? Wie lernt ihr euch kennen? Einerseits, wie bereitet ihr euch vor? Und wie lernt ihr auch im Nachgang nochmal über diese Debriefings, über die Ad-Hoc-Debriefings hinaus? Wie bewältigt ihr Stress? Durchs Sprechen. Also ich habe das noch, als ich auf meine letzte Station gekommen bin, da war es noch Usus, dass wir morgens gar nicht wussten, welcher Arzt überhaupt auf dem Hubschrauber sitzt. Sondern das hat das Klinikum dann irgendwie morgens, hat irgendeiner den Melder gefangen und hat gesagt, okay, dann rüber. Dann wurde es schnell abgestellt im Zuge der Standardisierung von den Luftreitungsstationen. Und es gab dann einen Dienstplan, sodass wir wussten, wen wir zu erwarten haben. Aber gesehen haben wir den immer noch nicht. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich habe auf einer anderen Station schon mal was gesehen, wie wir die locken können. Und da habe ich gesagt, die Ärzte zu uns, wir machen das so. Die Ärzte bringen die Brötchen morgens fürs Frühstück und die Flightcrew besorgt den Belag. Am Anfang war es noch so, weil es gab ja auch Morgenbesprechungen drüben, wo sie nicht fehlen durften. Und dann sind sie rübergekommen und haben die Brötchen abgeliefert, wieder weg. Und dann haben sie nach und nach gesehen, wie schön der Frühstückstisch hergerichtet ist. und siehe da, nach eineinhalb Jahren war die Crew morgens zum Frühstück zusammen. Als das etabliert war, konnte das Briefing vernünftig etabliert werden. Das heißt, ihr habt wie eine Plattform geschaffen dafür, dass man sich begegnet. Genau. Morgens und abends. Das heißt, morgens ist Frühstück, ist die Beziehungsplattform. Und die ist nicht zu unterschätzen beziehungsweise eines der höchsten, ein ganz hohes Gut. Und abends auch, nachdem alles erledigt ist, die Briefing erledigt ist und die Nacharbeiten abgeschlossen sind, gerne ein alkoholfreies Abschlussbier. Und nochmal das Lernen. Also du hast ja vorhin ganz genau beschrieben, wie du minutiös, allein wie der Gott schon verbunden ist miteinander, dass du das vorbereitest. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den Ärzten, bei den Notfallsanitätern genauso ist, dass die natürlich genau gucken, wo habe ich noch Verbesserungspotenzial. Wie macht ihr das aber als Gruppe, als temporäres Team auf Zeit? Ihr werdet offensichtlich auch öfters neu zusammengestellt. Was habt ihr da für Taktiken, um das auch auf der Ebene hinzubekommen, dass ihr euch wirklich einschwingt, dass ihr wirklich miteinander funktioniert? Die richtige Intervention zum falschen Zeitpunkt erzeugt Widerstand. Das habe ich auf der Station davor kennengelernt, auf der ich war und hatte schon genau diese Ideen und habe das in den Ring geworfen, um zu sagen, hey Leute, ich habe mir mal kurz den Kopf gemacht, guckt mal bitte drüber und schaut mal, wie wir das noch weiter verbessern können. Und ich hatte, es kam keine Reaktion. Und ich dachte, wie, es kommt keine Reaktion, das ist ja schade. Und dann fühlte sich wirklich, fühlte sich die Belegschaft angegriffen. Also übergriffig. Das heißt, es war eine gute Intervention, aber zum falschen Zeitpunkt, weil die Belegschaft nicht bereit war. Das ist auf der anderen Station auf fruchtbaren Boden gefallen. Und, oder auch bei neu eingearbeiteten Mitarbeitern. Aber es blieb bei mir immer bei einer Einladung. Also, ich habe immer nur eingeladen. Ich habe immer nur geschaut, okay, so mache ich es und wie machst du es? und ich habe übernommen, was besser war oder was ich für besser empfunden habe und es hat sich am Ende die Qualität durchgesetzt. Ja, und so setzt, wer mich auch überzeugt von, es setzt sich halt einfach durch, wenn es beim Einladen bleibt. Ich habe ja im Podcast oft schon über das Thema Inviting Leadership gesprochen. Das sollte den Hörerinnen und Hörern also bekannt sein. Wir haben also einerseits die Einladung als eine Form der Beteiligung, eine Freiwilligkeit, die da hergestellt wird. Dann haben wir die Iteration. Das heißt, ihr geht immer wieder in eine Reflexion nach jedem. Jeder Einsatz ist eine Iteration, die ihr mit einer kurzen Vorbereitung, mit einer Durchführung und mit einer Nachbereitung durchlauft. Und habt ihr darüber hinaus noch Routinen, die ihr tätigt, um eben zu lernen oder euch abzustimmen? Ja, genau. Wir haben dann so, also wirklich ein Whiteboard als Briefingboard, an dem wir die Einsätze auch nachbesprechen. Und ich habe ein zweites dann eingerichtet gehabt mit der Crew, was 90 Grad an der Wand versetzt war. Und da stand nur obendrauf, nächstes Meeting am 29.09. um 16 Uhr meinetwegen. Und die Punkte waren, von den Crewmitgliedern selber aufzuschreiben. Das heißt, ist was übrig geblieben aus dem Debriefing abends von dem Mission Debriefing Whiteboard, was wir nicht direkt umsetzen können, sondern mit ins Meeting gehört, dann hat der, die entsprechende, das an das Meeting Whiteboard übertragen. Und daraus hat sich dann, haben sich dann die Topics ergeben, die aus der Crew kamen. Das heißt, weg von dem Leader, der einfach nur von der Organisation den Salomon runterbetet, was wasserfallmäßig runterkommt und alle schon anfangen einzuschlafen und weg wollen, hin dazu, dass die Crew selbst ihre Punkte bestimmt und bespricht. Und wie seid ihr zu dem Zustand gekommen, dieses situative Führen? Also wie schafft ihr das, dass ganz klar ist, ohne dass man das direkt ansprechen muss, wer jetzt gerade die Verantwortung hat? Also ich bin selber gerade dabei, ein Kompetenz-Phasen-Modell dazu zu entwickeln. Ein Stück weit ist es ja, wir handeln entweder aus Angst oder aus Liebe ganz unten an der Basis. Und meistens, wenn jemand irgendwo Angst hat, die Kontrolle zu verlieren, und ich beschreibe das gerne mit der Schippe im Sandkasten, wenn jemand Angst hat, jetzt verliere ich meine Schippe, dann wird er entsprechend ärgerlich. So, und das Kompetenz-Phasen-Modell soll beschreiben, dass jedes Teammitglied zu einer gewissen Phase eben eine andere Kompetenz hat. Selbst wenn die vollkommen außerhalb der Rollenbeschreibung ist, kann es aber zum Beispiel mir aufgefallen sein gerade, während wir den Patienten Richtung Schockraum schieben und mir fällt auf, der fängt an, auf den Tubus zu kauen, kurzer Seitenhieb zum Notarzt, oh, ich glaube, der Patient wacht auf, oh, danke, noch ein bisschen Sedierung rein. Und das heißt, meine Kompetenz war, obwohl sie zugewiesenermaßen ja beim Notarzt lag zu diesem Zeitpunkt, war aber meine reale Kompetenz gerade oben drüber, nur zu dem kleinen Peak. Und der Notarzt ist dankbar dafür, da wo die Beziehungsebene nicht geklärt sind, wird das als Angriff gewertet. Und dann führt das sogar dazu mit, das ist kein Problem, das ist normal so. Also wohl wissentlich, dass es eben nicht normal ist und dass der Patient jetzt anfangen kann zu leiden in den nächsten Momenten. Aber bis dahin kann das halt kommen, wenn die Beziehungsebene nicht geklärt sind. Also ihr investiert auch viel in Beziehungsebene, in das Klären, in den Vertrauensaufbau und auch Aufarbeiten von Stressoren und Konfliktlinien. Team-Events sind das A und O. Sie können ja verschrien werden an vielen Stellen oder vielleicht können sie manche auch nicht mehr hören. Für mich sind sie das A und O. Sie öffnen ein emotionales Lernfenster und wir begegnen uns. Und wenn wir in die Begegnung kommen, dann bauen wir genauso diese Vorurteile ab und kommen einander näher. Und das schweißt zusammen. Also da kommt eine kleine Brücke zum Militär. Erlebnisorientierte Ausbildung von Anfang an. Das fördert die Kameradschaft, das schweißt zusammen. Daraus entsteht ein Chorgeist. Lieber Oliver, das waren ganz viele wertvolle Einblicke. Und es ist für mich auch mal total schön, jemanden aus der Praxis zu hören, der im Bereich High-Performance gearbeitet hat, wo es um Leben und Tod geht, wo jeder Fehler tödlich sein kann, auch mal so Taktiken gehört zu haben, wie ihr damit umgegangen seid, dass ihr dieses iterative Lernen absolut normal ist, dass das gar nicht in Frage steht und wie ihr euch da aneinander angenähert habt und wie so ein Einsatz eigentlich in der Praxis abläuft. Ich danke dir vielmals für deine Zeit hier im Podcast. Danke, dass du mit dabei warst. Herzlichen Dank für die Zeit. Danke, dass du mit dabei warst.